Herzlich willkommen bei Kleopatraurakel. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wir starten heute natürlich wieder mit den Liebesenergien für die Luftzeichen. Ich bin schon sehr gespannt, was ich hier zeigen mag. Wir befinden uns gerade in etwas schwierigeren Energien für das erdische Leben. Die sind für die geistige Welt nicht schwierig, die gehören dazu. Aber für das erdische, für das duale Leben hier wird es schwierig. Denn wir befinden uns in einer großen, großen Loslass-Transformation. Und dieser Prozess erfordert natürlich etwas, was wir in den letzten vielleicht Jahren, Jahrzehnten so ein bisschen verlernt haben, im Vertrauen sich auf die Gotteswege und Gottes Timing, göttlichen Timing zu verlassen. Vor allem hier bei uns in den zivilisierten Ländern, wo wir der Meinung sind, wir haben unser Leben im Griff und wir entscheiden darüber, wie es läuft, ist das Thema Vertrauen in die göttliche Wege so ein bisschen verloren gegangen. Wir gehen davon aus, wir entscheiden darüber selber und die da oben haben kein Mitspracherecht. Deswegen sagt man ja nicht umsonst es, wenn es dir schlecht geht, dann gehst du wieder etwas zurück. Und ich meine, viele von euch, die hier sich in dieses Spirituelle begehen, ist der Ursprung dessen, dass es irgendwo einen Knacks gemacht hat. Und es ging euch meistens sehr, sehr schlecht. Und deswegen habt ihr den Weg zur Spiritualität gesucht, um die Ereignisse zu verstehen. Das ist häufig mit einem Todesfall irgendwie in Verbindung, das ist häufig mit einem Depressionen zu tun. Das hat häufig mit langen Krankheiten zu tun oder mit sehr, sehr schwierigen Liebesbeziehungen zu tun, ja, narzisstischen Beziehungen und, und, und. Also, wie auch immer die Wege sich ja gedreht haben bei dir, so oder so, bist du nicht über Reichtum und Glückseligkeit zu Spiritualität gefunden. Die Fälle gibt es mit Sicherheit auch, aber nicht nur. Meistens finden wir es erst dann, wenn wir uns im Inneren leer fühlen, wo irgendwo was fehlt. Genau, genau. Und diese Loslassenergien befürworten uns wiederum, einen Schritt in die Zukunft zu wagen, ohne zu wissen, was auf uns wartet und irgendwie so diese Bedienungsanleitung fehlt. Und für dich jetzt Luftzeichen, mein lieber Luftzeichen, kann das in Schwierigkeit bereiten, weil du natürlich verstandesorientiert bist und der Verstand, dem wir natürlich für alles sehr, sehr dankbar sind. Das sind natürlich Organe, die unter anderem die Aufgabe haben, dich zu warnen, ja, das heißt, er ist mit dir aufgewachsen, er hat mit dir die Erfahrung gemacht, die du gemacht hast. Und er hat daraus irgendwie eine Risikopotenzialanalyse gemacht und weiß jetzt, wenn sich irgendwelche Situationen aufeinandertreten, dann droht Gefahr und dann warnt er dich. Ja, so. Und alles, was der, also das, die Haupt-, das, was das generelle was, was dein Verstand nicht mag und damit gar nicht umgehen kann, weil daraus überhaupt keine Risikoanalyse berechnen kann, ist Unbekanntes. Weil der auf keine Erfahrungen zurückgreifen kann, ja, so. Und dieses Verhalten, diese Schritte nach vorne, kannst du nur machen, wenn du ein bestimmtes Vertrauen in dir hast. Vertrauen an die geistige Welt, Vertrauen an was auch immer, wie du das für dich benennst, Universum, Engel, was auch immer, ja. Da gibt es etwas, was dir verhilft, diese Schritte zu machen ins Dunkle, im Vertrauen, dass dir nichts passiert. So. Ich gehe davon aus, du bist nicht nur Luftzeichen, ja, du bestehst auch noch aus ganz, ganz vielen anderen Sternzeichen integriert in dir. Wenn du dir dein Geburtschart genauer anschauen würdest, und ich meine hier nicht nur die Aszendenten und Mond und Venus, sondern auch ganz viele andere Planeten, ne. Wir haben, ich weiß es nicht, wie viel insgesamt, bis zu zwölf oder so, ne, verschiedene Planeten und Punkte und was weiß ich, Knoten, die da natürlich in bestimmten Sternzeichen von dir sind. Und da ist natürlich die Frage, was so generell bei dir gilt, ne. Also der Sternzeichen, der Sonnensternzeichen ist natürlich so, ja, so schon für das Erdische gedacht, natürlich, aber der macht dich nicht unbedingt aus, ne. Ähm, ich kenne Personen, die, äh, im Feuer geboren sind und agieren wie in Erde und, also, ne, es gibt ganz Unterschiedliches. Und wenn du jetzt natürlich ein Luftzeichen bist in den wichtigsten, also Mond, Aszendent, ähm, Sonne, äh, und dann generell aber noch viel Erde dir hast, dann wirst du dir natürlich mit diesen aktuellen Energien etwas schwer tun, ja, weil das, ähm, da wird dein, ähm, dein Verstand sich wehren, dann wird dein sicherheitsbedingtes Verhalten, äh, sich wehren, da wird alles, äh, streiken und sich auftun, um, ähm, damit du ja diesen Schritt nicht wachst, ja. Ja, also wenn du diese generellen Streiken in dir merkst, dann kannst du davon ausgehen, dass genau diese Elemente, ähm, dir verbieten quasi diesen Sprung ins Ungewisse zu machen, ja. Ja, aber vielleicht auch, wenn du weißt, dass genau das dir im Weg steht, vielleicht wird es dir einfacher, dann trotzdem den Schritt zu machen, denn du verstehst ja, was dich denn zurückhält, ja, und, ähm, das ist das Einzige, was dir helfen kann, ist einfach nur an die göttliche Wege und an göttliches Timing zu glauben und zu vertrauen, dass es genau das Richtige ist. Das heißt, wir werden jetzt alle so ein bisschen zu kämpfen haben zwischen den Loslassenergien und den Schritt nach vorne zu wagen und im generellen Auslegung des Menschlichen, ähm, in der Komfortzone verbleiben zu wollen und ja, nichts riskieren, okay? So, also das ist jetzt so generell. Ähm, ich werde jetzt mich natürlich auf die Liebesenergien konzentrieren und, ähm, für die Neuen herzlich willkommen, wenn ihr nicht schon abgehauen seid und ihr noch dabei seid, dann, äh, nur noch kurze Info, ich channel immer erstmal eine Botschaft, ähm, für die, ähm, für die Elemente und dann gehe ich erstmal in die Kartenlegug und ich deute die Karten intuitiv, ähm, äh, angepasst, also was heißt, angelehnt an diese Vision, die ich bekomme, an diese gechannelte Botschaft, die ich bekomme und erst dann, ähm, genau. Und ich deute sie nicht buchreif, sondern so wie, ähm, so wie es gerade kommt. Ähm, ich würde, ähm, würde vorschlagen, lass dich einfach darauf ein und wenn es dir gefällt, dann bleib dabei, wenn du sagst, nee, wir resonieren gar nicht, dann geh und such dir jemanden, der besser zu dir passt, das ist vollkommen in Ordnung. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn, ich ziehe mich jetzt zurück, channel die Botschaften, dann gehen wir gleich weiter. Achso, nochmal zur Erinnerung, ich, ähm, die Sternzeichenlegungen, ne, also für Wacke Zwilling, äh, und Wassermann findet ihr dann die Links in der Beschreibung des Videos und, ähm, in dem ersten Kommentar, die sehen H genau gleich, ohne mein achtminütiges Gelabber davor, sondern geht es dann gleich zur Sache, zwar gechannelte Botschaft und Kartenlegung für die jeweilige Sternzeichen. Genau, gut, dann bin ich jetzt erstmal kurz weg und schaue mal, was ich reinbekomme. Wunderbar, lieber, ähm, lieber Luftzeichen, das ist das, was ich ja schon seit drei, vier Wochen, glaube ich, erzähle, dass ich wahnsinnig über deine Entwicklung, äh, von, über, ja, dass deine Entwicklung begeistert mich, ja, die ist, die ist großartig, die ist, ähm, ich, also es war so eine Zeit, wo wirklich so die, die Feuer- und die Wasserzeichen, die haben sich recht gut anfänglich gemacht, ähm, dann war so eine Zeit, wo die Wasserzeichen nachgelassen haben, jetzt haben sie sich wieder stabilisiert, jetzt, ähm, jetzt haben, sie machen sich die Feuerzeichen ein bisschen schwer mit den aktuellen Energien, aber generell, du warst für mich mit den Erdzeichen immer gleichgestellt, mehr oder weniger, ja, also mit ähnlichen Schwierigkeiten hattest du zu tun und du hast jetzt, ähm, wirklich so losgelegt, also unfassbar, also pass auf, das, was ich wahrgenommen habe, ich habe dich auf einer Wiese, auf einer Wiese stehen gesehen, wie du, ähm, irgend so einen sehr langen Stoff gehalten hast, oder war das ein Schall, was auch immer, ja, einen sehr leichten, sommerlichen Stoff, der sehr lang war, wie so eine Fahne, auch hast du im Wind gehalten, ja, und du hast dich so richtig reingespürt in diese, in diese Luft, in diese Windenergie, in dieses, du warst einfach eins, das heißt, du machst dir deine Energie zu deinem Unterstützer, ja, das, was ich gerade gesagt habe, dein Verstand könnte dich warnen, und weißt du, was du daraus gemacht hast, du warst wie ein, ähm, wie beim Drachen steigen lassen, du hast diesen Wind genutzt, um sich in die Luft zu bewegen, um nach vorne zu fliegen, ja, du hast dein Element für dich genutzt, das, was dir eigentlich im Weg stehen könnte, nutzt du für dich, für dein Vorankommen, unfassbar toll, bin total begeistert gerade, ja, okay, dann möchte ich jetzt gerne sehen, so, was haben wir denn da, Asche, okay, ähm, ich möchte gerne sehen, mit diesen Karten, welche Energien, sie werden herausfordernd sein, in der Liebe, in der laufenden Woche, für die Luftzeichen, Nein, ja, also das bist du, das ist deine Energie, sehr schön, okay, ähm, das bist du für mich in beiden Energien, meine Liebe, ja, das bist du für mich in deinen, in beiden Energien, und ich sehe, ich sehe wunderschöne Energien, und zwar einerseits totale Stabilität, und andererseits totale Liebesenergie, ja, in dem Bild, was ich bekommen habe, da war weder Verstand in seinem negativen Schattenelement, noch Erde in Schattenelement, gar nichts, ja, du warst unfassbar stabil, und du hast dein Element für dich genutzt, um voranzukommen, ja, du warst leicht, du warst verbunden mit der Natur, du warst voll stabil, also, sehr, sehr, sehr schön, ja, ähm, das sind zwar herausfordernde Energien, wir werden gleich sehen, nochmal, welche zusätzliche Informationen von dem Tarot reinkommen, aber ich, ähm, ich denke, dass die Liebesenergien in der kommenden Woche, also deine Herzensenergie, sich, äh, dich sehr leicht machen wird, ähm, für dein Vorankommen, ja, also deine Herzensenergie wird die, die dich hauptsächlich vorankommen lässt, aber du bist gleichzeitig sehr, sehr stabil, so, Ordnung schaffen und neues Leben, genau, und da wachst du auf, nutzt du dein Element für dich, und wirst du abfliegen, okay, dieses Ordnung schaffen, das bezieht sich für mich auf diese Energie hier, ja, da ist noch in der Partnerschaft irgendwas, was noch nicht ganz in Ordnung ist, entweder in einer vergangenen Partnerschaft, also in einer, die in Winter schon zu Ende geht, oder zu Ende gegangen ist, was auch immer, irgendwas ist dann noch in einer partnerschaftlichen Ebene, was noch geordnet werden muss, genau, und, ähm, das ist das, was ich meine, ne, da schaust du schon, du, du kommst hier aus irgendeiner Partnerschaft, die nicht so wirklich funktioniert, ja, die, die hat dir nicht das gegeben, den Wert, die Wertschätzung hat es dir nicht gegeben, die du eigentlich verdient hast, und deswegen ist das, das, was du, ja, geordnet werden muss, aber du schaust da schon in Zukunft, du hast aus der Situation gelernt, ja, und du bist bereit, sich absolut davon zu befreien und zu neuen Ufern zu gehen, denn, ähm, die Situation ist mehr oder weniger tot. Und das ist das, was ich gemeint habe, ne, die Herzensenergie wird dich aufrechterhalten, genau, das sind die heilenden Energien, ja, die, äh, die besagen, eine wahre Liebe wird sowas mit mir nicht tun, ne, eine wahre Liebe wird, ist heilend, eine wahre Liebe ist etwas, wofür man sich leicht entscheidet, wo man nicht, ähm, damit hadern muss, ja, das ist etwas, was, ähm, was sich gut anfühlt und niemanden, für niemanden verletzend ist, ja, deswegen, ähm, wird diese Herzensenergie die sein, die dir am meisten verhelfen wird, den Schritt nach vorne zu wagen, also, das ist das, was ich meine, nicht das Erdische, was dich vielleicht traurig machen würde, Ertäuschung, was weiß ich, ja, sondern diese Liebesenergie, die dich fliegen lässt, ja. Ordnung schaffen, genau, einfach mal wieder aufräumen im Leben, was zu mir nicht gehört, darf gehen, ich muss wieder mir meinen eigenen Bereich aufbauen, mein Welt aufbauen, ja, ähm, und einfach transformiert neu starten, ja. Ja, neues Leben, neues Leben in Liebe, leicht befreit von jeglicher Art Ballast und du warst extrem leicht, du warst wie, bin, ja, wie beim Drachensteigen lassen, ja, also, es war echt, echt wundervoll, ja, weil du in deiner Liebesenergie wiedergefunden hast, okay. So, da bist du in deinem absoluten Wert, da bist du in deiner Leichtigkeit, da bist du in, genau, in diese Leichtigkeit, wo du, wo du dich absolut mit dir selbst verbindest, du bist hier als Herrscher, ja, du bist hier als Herrscher, da gibt es den König und Königin der Münzen, die irgendwie wahrscheinlich nicht so ganz zueinander gefunden haben und deswegen diese Situation, so wie sie ist, ähm, vorerst zumindest mal verlassen werden muss, ich weiß jetzt nicht, das ist dann individuell, ob für immer oder, oder doch, könnte noch was draus werden, das weiß ich jetzt nicht, ähm, das kann den kollektiven Energien nur schwer beantwortet werden, aber du bist reif genug, ja, ähm, aus diesem, aus diesem sehr unflexiblen Turm, den du dir da aufgebaut hast, was steigst du aus, ja, äh, für dich ist hier das Thema abgeschlossen, du befreist dich von diesem wahnsinnigen Ballast, ja, ähm, den du da, ähm, der sich so wahrscheinlich über, was weiß ich, Monate, Jahre aufgebaut hat und bist bereit, einfach weiterzuziehen, ja, genau. Ob das da eine Dreierkonstellation gegeben hat oder ob, ähm, einfach sonstige Verletzungen, ähm, geschehen sind, Enttäuschungen, whatever, ja, ähm, das darf jetzt gehen und du bist bereit, einfach die Luft für sich zu nutzen, sich zu erheben über die Berge, die Berge sind ja immer die, ähm, Hindernisse, ja, über die Hindernisse hinaus, ähm, ähm, das sieht so ein bisschen wie, wie diese Schall, den du da, ähm, flattern lassen hast in der Luft und nach vorne zu gehen. Unfassbar starke Karten und das ist das, was ich gemeint habe, du, du, du gehst jetzt hier in die sehr, sehr starke Stabilität, die du dir aufbaust, du bist der Herrscher deines eigenen Bereichs, deines eigenen Lebens, ja, du bist zu, also, du bist hier, also, du bist hier Herrscherin, das ist für mich in Lenormont die Herrscherinnenkraft, ja, die die Fühle in sich trägt, ja, die das Gefühl, die dieses, diese Yin-Energie gepaart mit Fülle, ähm, in sich trägt, ja, ja, gleichzeitig bist du hier, trittst du hier noch als Herrscher auf, der, der Herrscher ist natürlich die männliche Energie, die, ähm, oder andersrum, die Herrscherin, die lässt es fließen, ja, die versucht, äh, jetzt hier keinen Rosenkriege zu führen und so weiter. Der Herrscher ist in einer, in einer männlichen Energie des Doings, ja, des Tuns und der Herrscher räumt hier auf, ja, also, das ist die männliche Energie und ich finde es wunderbar, dass sie hier als Paar auftreten, ja, bei einerseits, du räumst hier auf und es könnte sein, wenn der Herrscher jetzt zum Beispiel in so einer Schattenseite auftreten wird, dann würde er aufräumen, dann würde niemand mehr lebendig aus der Situation rauskommen, ja, aber das, das ist es nicht, ja, weil du bist gleichzeitig als Herrscherin, also quasi Akzeptanz für die Situation, ja, aber auch Akzeptanz dessen, dass irgendjemand hier noch aufräumen muss und das ist ein männlicher Anteil der Herrscher, der hier aufräumen darf, ja, damit du endlich aufblühen kannst, ja. Das ist wie eine Frühlingswurzaktion hier, weißt du? Also, du weißt auch, das ist jetzt lustig, weil du bist total davon überzeugt, dass egal was du hier machst, der wird wieder anklopfen. Du weißt ganz genau, dass die Liebe euch verbindet. Davon bist du überzeugt, aber ihr habt doch irgendwie noch nicht zueinander gefunden. So oder so, das hindert dich aber nicht daran, diese Situation jetzt zu bereinigen und wenn ein Neubeginn stattfinden soll, auf einem völlig neuen, also diese goldene Käfig, den brauchst du jetzt nicht, ja, also das sah vielleicht wie ein goldene Käfig aus, war einfach nur ein Turm. Also egal wie, die Situation wird nie wieder so sein, wie sie war, denn das wirst du jetzt nicht mehr zulassen, ja. So, die Karte wollte auf. Du bist bereit, eben vollkommen neu durchzustarten. Du wirst jeden Schritt, falls ihr zueinander finden solltet, und es sieht so aus, ja, dass das noch nicht zu Ende ist, ja. Aber egal wie der Neuschott aussehen wird, du wirst jeden Schritt, den ihr aufeinander zugeht, dir ganz genau anschauen, ja. Ganz genau. Also das ist jetzt nichts, was du jetzt einfach nur annimmst, sondern du bist so stark geworden, dass du jetzt keine Zwischenlösungen mehr akzeptieren wirst, was auch immer da ist, ja. Zwischen euch beiden. So, da haben wir die drei der Münzen, und die drei der Münzen, das ist eben, ich habe daraus gelernt, ich habe daraus gelernt, dass es hier aus dieser Situation keinen Ausgang mehr gibt, also hier gibt es nichts, was ich jetzt noch verbessern könnte. Hier ist eine Sackgasse, hier muss jetzt quasi wie ein Computerspiel auf Next Level gegangen sein, und damit müssen vielleicht, ja, ein paar Türme gesprengt werden, um diese eingefahrene Situation zu beenden, ja. Das ist auch eine wunderbare Energie, eben dieses Vertrauens, ja, dieses Vertrauens in diese Entwicklung. Du nutzt hier deine Luftenergie für sich über die Hindernisse hinaus zu bewegen, ja. Also, du gehst in die dritten Bewegung rein, und bist davon überzeugt, dass, wenn er dich wirklich will, dann wird er dir folgen in den Next Level, ja. Er schaut dir auch schon hier rein, ja. Also, von dem her ist das schon sehr wohl möglich, aber du machst diesen Schritt auch ohne, aber das ist eben dieses Vertrauen, von dem ich vorhin gesprochen habe, ne. Dieses, ich vertraue auf diese Situation, ich vertraue auf die göttliche Wege, und wenn wir zusammenkommen sollten, oder wenn wir zusammen sein sollten, oder immer noch bleiben sollen, dann wird er mir folgen, und wenn nicht, dann ist es halt so, ja. Aber du bist voll im Vertrauen, und du gehst einfach den Weg für dich vorerst. Sehr schön. Mit dem Wagen sehr stark unterstützt, ne. Aber das ist eben diese Loslassprozesse, von denen ich gesprochen habe, ne. Genau. Der Herrscher, die vier, hier die vier, hier die acht, also doppelte acht. Hier ist Tempo. Hier ist Tempo angesagt, Tempo in deinem Wachstum, Tempo in Herrschaftseroberung für dich selbst, ja. Stabilität erlangen, ja. Du bist sehr konsequent in dem, was du tust. Du bist total überzeugt von dem, was du tust. Und dieser Aufstieg auf dem Next Level, ja, ist für dich auch natürlich extrem mit spirituellem Wachstum, hängt das zusammen, ja. Weil, wenn wir Entscheidungen treffen, wenn wir über unsere Hindernisse hinaussteigen, ist das immer mit spirituellem Wachstum verbunden, ja. Alles, was ihr im Vertrauen tun und nicht aufgrund von Statistiken und bla bla bla, was dir dein Verstand letztendlich auch, ne, vorgaugelt, hier darfst du gehen, hier ist es nicht gefährlich und hier ist gefährlich. Alles, was du im Vertrauen tust, hängt das mit spirituellem Wachstum zusammen. Und da haben wir, da habe ich voll viel hier rumgemischt, die Karten, am Ende sind wieder die gleichen zwei rausgekommen. Okay, sehr schön. Genau, und das ist wiederum deine Haltung, von denen ich vorhin hier schon gesprochen habe. Du für das Neubeginn, bitteschön, aber da musst du mir folgen. Da musst du dich fortbewegen aus der Situation, in der du gerade steckst, in der wir nicht zueinander gefunden haben, ja. Ja, kein blindes Laufen mehr. Also das ist wirklich eine klare Ansage, jetzt auch an dein Gegenüber. Jedes Neubeginn wird hier sehr, sehr klar durchgecheckt, ja. Jede Schritt, ob das, ich hoffe, du wirst einfach auf deinem Bauch, aber du wirst sehr, sehr durchleuchtend sein, ja. Also kein blindes Laufen mehr und das ist wirklich mit erhobenen Schwert hier, also mit deinem Luftenergie, ja. Ja, Veränderungen, ja, aber keine blinde mehr, ne. Super, sehr, sehr schön. So, dann schauen wir uns mal an, was die Engelskarten noch für dich so parat haben. Perfekt Timing. Und schau mal, das fällt gerade auf die Vierer hier, ne. In der nahen Zukunft, was haben wir denn in der nahen Zukunft? Ja, solltest du auf jeden Fall auch in Action treten. Was auch immer du hier beendest, was auch immer du hier neu beginnst, das ist in einer wunderbaren Energie. Du darfst wirklich hier im Vertrauen verbleiben und darauf vertrauen, dass sich das alles zu deinem Wohl entwickelt. Egal wie, es wird dir gut gehen, ja. Denn du bist in einer Monsterenergie, wirklich. Gut, ich werde jetzt keine Karten, Zeitkarten legen, weil wir hier kein Aufeinander zugehen, das sehe ich jetzt nicht. Das ist nur deine Gedanken, die du in dir trägst, ja. Er kann, aber muss diese Woche nicht auf dich zugehen, okay. Meine Lieben, die Sternzeichenlegungen für Wassermann, Zwilling und Waage findet ihr die Links in der Beschreibung des Videos, sowie auch in dem ersten Kommentar. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, ihr seht ja, wie die Kamera sich wieder rührt. Das ist unglaublich, ne. Genau, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf YouTube oder auf YouTube. Ich freue mich schon auf euch. Tschüssi.